Okay, was hast du da stehen? Chloroformvergewaltigungen. Was geht Freunde der Außenweltenrechte? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir switchen rüber und let's rock! Yo! Hallo! Hi! Was geht's? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Nein! Doch, willkommen zu diesem wunderschönen Video. Du brauchst mir jetzt auch nicht dazwischenreden. Hey, viele Kategorien. Sag das nicht zu Gisela, dann macht sie das recht. Es wird passieren. Das sind sechs Stück. Kannst du zählen? Nein. Wir spielen eine Runde Stadtland-YouTuber. Die Jungs von Gebeteimkopf sind dabei. Sind mit dabei. Mein Satzbau leidet ein bisschen. Das ist aber nicht so schlimm. Tim ist sowieso geistig abwesend, weil gestern Abend gab's wieder eine heiße Filter. Oh! Die roten waren dabei. Der heiße Filter, alle sehen es. Ich hab keine Probleme. Ich denke auch nicht, dass Gisela ein Problem hat. Die Probleme hat nämlich Jan, denn er hat Gisela an der Backe. Ich bin mir sicher, dass ihr euch bei den letzten drei Sachen wahrscheinlich gar nicht damit auskennt. Wobei ich gerade sehe, ihr habt echt fette Uhren beide. Ihr seid schon? Zeig mal. Versace, Digga. Das gefällt, da hab ich schon was zur Türkei mitgebracht. Das stimmt nicht. Die Uhr kostet 6.000 Euro. Wer trägt eine Uhr für 6.000 Euro als ob? Das freut mich doch sehr schön. Ich gönn's euch. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass die kaputt geht. Die würd's mir lieber an der Wand nageln. Das ist ihm. Ich würde sagen, wir fangen an. Hast du das verstanden? Äh, nein. Ja. Er war voll geistig abwesend. Willst du es so machen, dass jeder zu Ende schreiben kann? Nein. Jetzt würd ich auf jeden Fall sagen, bis jeder zu Ende schreiben kann. Sonst hat er die Arschkarte. Ich wollte ja dich im Gesicht treffen. Dankeschön. Der war beim letzten Mal auch hier. Ist dir das eigentlich bewusst? Das ist mein Bruder. Was ist denn das eigentlich? Sag mal Wohlsaben. Ah. Okay, du zählst im Kopf weiter. Nur du weißt, wie das geht. Oder? Stopp. Okay, 3, 2, 1, und los. Der Effekt war cool. Was steht da Band? Ach, Land. Ähm. Oh Gott, bei Sexualpraktiken Geschlechtsverkehr. Das hab ich geschrieben. Ja, verrat's doch jetzt schon. Ich bin ja schon fertig. Ich bin so ein Tier, ne? Nein, wirklich nicht. Stopp. Hör auf zu schreiben. Wieso hast du denn nur 2 Sachen stehen? Das sind 3. Das sind 3. Digga, man kann nichts lesen. Digga, hast du einen Schulabfluss? Das wurde schon mit Riese berätet und ja, schwierig. Was hast du für eine Stadt? Groß Gera. Groß, gibt's das? Was? Lass mal durchgehen, gibt's das? Ich hab Gera und Stein, was hast du? Gelsenkirchen. Gut, dann kriegt jeder von uns 10, ne? Oder? Ja, ja. Die machen wenigstens mit Punkte. 20? Ne, 10. Du Arschmaus. Ich krieg 12. Nein. Doch, ich hab grad 2. Nein, du kriegst 10. Bonus für Gisela. Handicap-Punkte. Du kriegst 10? Ich kriege 3. So wie jeder hier. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gut. Gefahren. Land? Was habt ihr bei Land stehen? Vicheland. Gibraltar. Georgien. Boah, wir sind alle gut. Wirklich. Also, Geografie sind wir stark, ne? YouTuber. Noch. Gewitter im Kopf und Gomma HD. Kennst du Gomma HD? Ich denk nicht, weil du so einen kennst. Wer kennt nicht Gomma HD? Würdest du sagen, ihr seid eher YouTuber oder Journalisten? Hä? Journalist? Ja. Also, ich äh. Ich will kein Journalist sein. Ich glaube, das würde dann ziemlich in Chaos enden, wenn Gisela damit schon nachhaust. Ihr seid aber eher Künstler, oder? Ja, auf jeden Fall. Musiker, ne? Ja. Wir machen seriöse medizinische Aufklärung. Das merkt man, wenn ich Eier werfe. Das ist wirklich sehr medizinisch aufklären, wenn er Eier wirft. Ja. Sehr gut. Am besten noch die Eier nimmt, um Impfstoffe zu entwickeln. Ja, ich hab ganz tiefer Deep Throat da stehen. Okay, da hab ich 10 Punkte und ihr habt gar nichts. Ich krieg trotzdem 10. Nein. Nein. So funktioniert das Spiel nicht, Mann. Das erkläre mal Gisela. Bei Gisela funktioniert alles so, wie Gisela das will. Das ist ganz normal. Das ist die Welt. Heutz Tag ist so. Ich bin der Leiter des Spiels. Tobi ist der Leiter des Spiels. Ich geh ab. Ha! Na! 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 Ich hab ganz schreit in die Camp. Und für den Twitch-Mann? Geschlechtsverkehr. Was hast du da? Wer? Wer bin? Das ist gewünscht. Dafür gibt's doch U-Boom. Nichts. Ich hab ganze Scheide in die Camp. Also, ich hab nicht nur so wusst. Also, diese Wörter davor. Gans, ey. Vor allem, du hast zweimal Gans. Erstmal ganz tief an U-Boom. Ja, ganz tief. Ja, geben wir 5, ok? Aus Mittler. Ja, komm. Man kann einfach so einen Adjektiv Gans davor setzen. Ja, genau. Oder Gans als Tier. Das ist blöd, wenn man sowas davor setzt. Da kannst du alles machen. Wir haben das damals anders gespielt. Wir durften das so nicht. Das ist keine Art, die... Egal. Und Geldanlage habe ich gute Immobilien. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ey, hör auf. Ich hab nichts. Ja, fünf Punkte schon, oder Tobi? Da würde ich sagen, einen Punkt. Wieso, Geld, äh, Goldbaum? Gibt keiner einen Punkt. Einen Punkt. Scheiß drauf, Dink. Tobi sagt ein Buchstaben. Okay. Stopp. Zieh. Okay, drei, zwei, zwei. Das war aber leicht schwer. Stopp. Ja. Fangen wir an mit Stadt. Was hast du da stehen? Äh, ich hab da Chemnitz. Chicago. Ich hab Cuxhaven. Das ist ein Zehner für jeden von uns. Cuxhaven. Cuxhaven ist gut, ne? Ja. Was hast du aber dann? Costa Rica. Okay. Kolumbia. Ah, Kanada. Jeder ein Zehner bitte. Es wird weitesten mit K gespielt. Ich hab Kolumbia. Kanada. 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 Wir machen das aber auf Deutsch. Nein, wir machen das nicht auf Deutsch. Wir machen das auf Deutsch. Tobi. Die halten sich nicht an die Regel. Nein, Deutsch. Gisela hält sich auf. Frau Yu, Gisela hat der Anticapters zählt. Die haben beide Null. Ich wollte grad sagen, da haut irgendwas nicht hin. YouTuber hab ich Camellia, Minikuta. Ich hab Chantal. Miss Miniputa. Miss Miniputa? Ja, was hast du da? Chantal. Wer ist Chantal? Es gibt safe alle, die Chantal heißen. Oh, Digga. Digga, es gibt nicht nur eine, es gibt genug, die so heißen. Also auf jeden Fall. Ja, Junge. Was ist das? Tobi? Nein, Digga, verpiss dich, Alter. Es war um, Digga. Aus, Digga. Null, null. Der Quizmaster sagt, ich krieg's den Punkt an. Schieb doch. Bei Sexualpraktiken hab ich einen Kampshot-Wettbewerb. Ah, das ist gut. Hab ich nicht. Legitim. Hast du noch nie gemacht? Nee, aber ich weiß es nicht. Beides nicht. Hast du schon mal einen Kampshot-Wettbewerb mitgemacht? Ja, ja. Reicht. Hab ich da nicht? Wehen wir nicht drüber. Grund für... Ja, aber ich hab bei sich Coochie vom Hund gef... Stopp! Oh nein! Akan, du wirst jetzt vermisshandelt. Oh, oh. Okay, was hast du da stehen? Chloroformvergewaltigungen. Warum? Warum? Ich scheiß mich ein. Da macht denn so was. Da wird man aber nicht nur von Twitch gebannt, Digga. Da krieg's doch auch noch ganz andere Sachen. Bist du aus dem Leben gebannt. Ja. Was ich widerstehe? Chemische Substanzen live inhaliert. Ich glaub, wenn du plötzlich irgendwie Abflussreiniger oder sowas siehst, dann bestimmt auch. Könnt ihr mit Montemain in Hamburg sein, machen? Ich würd mich drüber freuen. Geldanlage hab ich Karlsbrat in Brühl gekauft. Oh, shit. Ich hab Chemiebaukasten. Was? Was ist das für ne Geldanlage? Ein Chemiebaukasten? Ach, das ist doch Kampottes hinter... Nein! Das ist... Es gibt Leute, die haben diese Galileo Chemiebaukasten. Moment, also wenn du... Beste Geldanlage, die du da haben kannst. Ja, warum nicht? Du hast gesagt, du hättest Chemiebaukasten um Crystal Meth oder Crystal Meth als Geldanlage. Ja, da steht ja ein kleiner drunter. Da steht gar nichts. Nicht gestalt. Das ist mein Hund. Ich fauche besser als du. Ich hab einen Zombie. Der ist voll weich. Der ist fast so weich wie die. Der ist der Lilly. Okay, ich spieg jetzt mit. Ich krieg einen Zehner. Du kriegst für den Chemiebaukasten gar nichts. Einfach den Daumen pissen. Für nichts krieg ich nichts. Für nichts krieg ich nichts. Sehr gut. Okay, ich würde sagen... Ihr seid gerade noch beschäftigt. Ich sage... C-Fleisch. Und du musst Stopp sagen. C. Warte, ich kann... Während er meine Finger frisst, kann ich nicht mit... Du musst Stopp sagen, Mann! Warte! Warte, nein, ich kann... Oh, verantwortet der! Ich bin schon wieder bei A. Hä? Was wird das? Stopp! Ne, der Kuh können wir skippen. Da fehlen wir nichts. Doch, wir machen Kuh. Bro, es gibt viel. Es gibt kein Land mit Kuh. Kolumbien. Kolumbien am besten! Crop. Crop? Stopp! Okay. Ach, M. Okay, ja. M. Drei, zwei, eins, los! Stopp! Stopp! Was hast du bei Land, mein Guter? Fangen wir bei Stadt an? Da steht Monte Video. Bei Land. Ne, bei Stadt steht Monte Video. Was? Ich glaube, wir wissen jetzt alle, was ich denke. Ein Video von Monte. Was ist das? Ich habe Land und Stadt vertauscht. Ist das schlimm? Ja. Häng ich schon mit euch, Digga. Ich mach... Nein, das machen wir hier nicht. Das machen wir. Finger weg! Das machen wir so. Ja, ist da in Ruhrwald, oder? Kann man mal machen. Monte Video ist die Hauptstadt von, ich glaube, von Uruguay. Ja, ja, glauben wir dir. Ja, ich habe da Marokko stehen. Magdeburg. Wird das wirklich so ausgesprochen? Vielleicht habe ich mich vertan in den Zeilen. Marbella wäre es dann gewesen. Ja, aber das steht halt bei Land leider, ne? Das ist ein Mistgeburt, Alter. Tobi, fünf Punkte. Ja, fünf Punkte. Ja, der wird gefeuert. Ja. Sag mal, Magdeburg. Sag mal, Magdeburg. Hast du dich eben schon in Magdeburg irgendwo gehört? Nein, da war doch gar kein Info. Du hast überwacht. Madagastra. Habe ich Marokko. Ja, fünf Punkte. Spazedonien. YouTuber habe ich Mrs. Bella oder Mini Kuta. Ich nehme Mrs. Bella bei Mini Kuta. Hatte ich schon mal. Hä? Was weißt du da stehen? Nichts. Da steht ein Mon. Der ist ja bei Twitch, ne? Ja, aber Montana Black ist auch ein YouTuber. Echt? Aber... Ich hab ein Mitchell88. Nein! Jetzt gibt's nichts. Ja, guck. 17.000, aber nimm dir. Ich will dich verarschen. Tobi. Was sagst du dazu? Tobi 10? Bei Mitchell88. Ja, wenn's die gibt, ja. Ach der Scheiße. Sexualpraktiken nennen wir Penis anal einführen. Ist ne Sexualpraktik. Aber ne, das heißt doch einfach anal dann. Wie viele Punkte, Tobi? Das widerstehen sich irgendwelche... Masturbieren ins andere Geschleckstyle habe ich. Wie willst du ihn an anderen Penis masturbieren? Ich scheiß mich ein. Masturbieren ist ein anderes Geschleckstyle. Oh mein Gott, was ist hier Faser? Oh, oh, mit Frauen macht man das ja. Was ist das widerstehen? Nichts. Okay. Ich hab bei Grün für Twitchband Masturbation im Kindergarten. Wie kommt man auf so die Idee? Was? Aber vor Camp. Aber vor Camp. Digga, okay, ja, ja. Das kommt in der Eifel heute. Aber man muss sagen, es war eigentlich recht fein umschrieben. Ich hab's nur noch nie so gehört, deswegen war's so witzig. WKV, oder? WKV, oder? Hm. Lass dich im Mord verlaufender Kamera. Perfekt, Digga. Geldanlage McDonalds Franchise. Ich glaube, das wird wirklich mehr als... Ja, das ist auf jeden Fall... Ja. Ja. Stadtliches Gefängnis ist vorprogrammiert. Marzipankuchen, der von Angela Merkel angeleckt wurde. Ich weiß ja nicht, wie er denn will, aber... Ja, das wollte ich auch... Das ist eine Anlage zum Geld verlieren, auch nicht zum Geld machen. 10 bis Oldtimer. Ja, dafür gibt es 10 Punkte für... Ey, er gerade hier hat die Kamera ge... Du musst jetzt runterzählen, okay? Eins, ich zähle. A. Stopp. L. Okay. Soll ich starten die Aufnahme? Tobi. Stopp. Ja, Alter. Beginnen wir mit meiner Stadt. Der schreibt einfach nochmal... Nicht so wieder falsch rum. Ja, Luxemburg ist auch eine Stadt. Ich habe das auch als Stadt. Da tauscht das lieber, weil dann kriege ich 10. Ja. Also, gutes Argument würde ich nicht anders machen. Wenn es für dich was einbringt. Für Luxemburg, was hast du? 30. Bei Land, ja, habe ich da... Also, ich habe halt Langenfelder als Stadt dann. Also, 5 wieder. Was hast du bei Stadt? Lichtenstein. Ja, zählt? Das habe ich bei Land. Ja, gut, ich habe halt verkauft. Ich habe Luxemburg. YouTuber habe ich Loser Co-Effizient. Licher Luca Survive. Tobi Luca Survive, zählt das? Luca Survive. Das zählt. Das zählt, heißt das. Ich habe auch eben wenig... Ja, komm, Scheißfrau. Was hast du da stehen? Nix. Ja, darf ich mir. Dann habe ich Sexualpraktiken, längliche Gegenstände ins Festloch einführen. Warum? 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 Sex, ein Albstünden später. Die beste Kategorie, da kommt einfach so viel Scheiße zusammen. Ich glaube, es gibt dafür auch einen Fachbegriff. Ich habe einfach Lutschen. Ja. Du machst das auch schon mal ganz gerne, ne? Nee, eben nicht. Ja, geil. Das bedeutet ja. Nein. Nein, wenn ich sage ja. Ja, okay. Das ist ein Zehner. Was hast du da stehen? Lutschen, bis das Weiße kommt. Kinderschokolade, ne? Ja. Was hast du? Jetzt weiß ich, was in der Kinderschokolade kommt, wenn das braune weg ist. Einfach. Ja, kriegt ihr beide fünf. Dann muss ich sagen. Alle fünf? Ja, weil ihr beide Lutschen habt. Bei mir kriegt nur Lutschen. Bei ihm ist unerwählend. Ja. Scheiße. Gut. Grund für Twitch-Bahn. Lange immer Drogen genommen. Nein. Fünf Punkte? Lange über Drogen. Ja, scheiß drauf, Digga. Was hast du da stehen? Nichts. Und Geldanlage habe ich eine Luxus-Jacht. Doch, Nachtsicht-Kamera. Hat kein Streamer. Wer streamt denn die ganze Zeit mit einer Nachtsicht-Kamera? Was ist denn das? Na gut, okay. Ja gut, macht ja keinen Sinn. Hat ja jeder Licht an. Ich will ja nicht alles nur grün sehen. Niemand. Wer wäre sowas denn nicht? Luxus-Jacht ist eine Szene. Na gut, wir rechnen kurz zusammen. 100. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich hab mal 75. Ich hab mal 75. Wie hast du gewonnen? Ja, ich bin doch schlau. Nein. Nein. Nein, das kann ich. Wenn ich das noch die ganze Zeit vertauscht hätte. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch mit... Nein. Du lässt... Kommst du den Stift? Geht den Stift einfach zurück. Geht schnell dem bisschen. Gut. Das war so diese wunderschöne Runde von Stadtlands YouTuber. Stadtland Gisela. Ich würde sagen, meine Freunde... Kamera hier hinrichten. Der ist hässlich. Ja, ich würde sagen, das war... Ja, doch. Das war's von diesem wunderschönen Video. Lass den Daumen nach oben da. Wir haben noch ein Video mit Gewitter im Kopf gerät. Das kommt wann raus? Du hast eh keine Ahnung. Ja, lol, ey. Das kommt auf jeden Fall noch, ne? Das war's von diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Lass den Daumen nach oben da. Das kommt wahrscheinlich heute. Also heute, jetzt wo ich das hier aufnehme, ist gerade Dienstag. Der 7. Die haben eine Challenge auf TikTok gemacht. Die Krieger-Challenge. Aber da kam bis jetzt auch nichts wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.